und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge assassin's creed valhalla so wie versprochen machen wir heute ein bisschen mit den nebenquests weiter wir haben ja gesagt wir gehen jetzt mal hier hin dann holen wir uns den schatz hier und werden dann langsam hier hoch begeben für den raubzug genau dann schauen wir doch mal was uns denn dort erwartet ich bin echt gespannt vor allem können wir dann auch unsere stadt ein bisschen weiter ausbauen oder unser dorf besser gesagt und es ja gerade eine meldung bekommen das julfest ist irgendwie das neuste event ist online das müssen wir uns vielleicht auch mal anschauen falls es mit dem julfest auf sich hat gut dann schauen wir doch mal hier das gebiet mal ein bisschen mehr abschließen wir haben jetzt ca 25 stunden auf der uhr und es geht voran und wenn euch die folge gefällt leute lasst mir doch ruhig ein like kommentar oder auch abo da alles gern gesehen unter die renn wir versuchen hier ein problem zu lösen wir brauchen feuer um das haus anzuzünden denk nach wie konntest du die fackel vergessen ich sagte doch wir müssen das haus in brand stecken damit sich der raubzug echt anfühlt du sagst dass du bringst deine menschen du nah was ich denn alles selbst hat uns geholfen komm her wer bist du ihr wolltet feuer da habt ihr es obwohl mir schwant dass ihr für was auch immer ihr plant schlecht vorbereitet seid wie hält uns für narren bruder wir söhne von ragnar haben hier alles im griff nein haben wir nicht söhne von ragnar ich weiß er hat viele aber von dumm und dümmer habe ich noch nie gehört was habt ihr denn vor wir proben mal einen überfall wir haben unsere wertvollsten besitztümereien geschafft um es spannend zu machen oh mein gott selbst meisterplünderer wie wir müssen in form bleiben bruder beeilt euch lieber ja für den ruhm bitte komm mit ich will das nicht mit meinem bruder allein machen müssen ja dieser raubzug wird uns zu Legenden machen bruder clans werden betteln dass wir ihnen beitreten unsere namen werden in Valhall erklärt finde die Schlüssel zusammen werden wir noch eine große Kriegerin aus dir machen und ich denke wir haben ihr nicht allzu viel Beizung los bruder wie besprochen lass diese Tür zerbersten wie in einem strafenden Sturm tritt zurück gehör und sieh zu du kannst vielleicht noch was lernen ich bin so aufgeregt meine Stimme versagt gleich ich schaffe es nicht zahlt wie ein Lamm geh zur Seite ihr schafft es auch nicht was ist bloß die Tür geht nicht auf nimm den Schlüssel ah ja aber wo hab ich ihn Götter Mutters Axt ist da drin bitte Fremde du musst sie uns zurückholen finde einen Weg hinein dumm und dümmer sag ich doch hey da wird er irgendwie durchs Fenster oder so ok hier gehts lang Kabeljau hier sehe ich sie nicht da ist ein Fass Besteck hier ist was wieder falsch denkt nach die Tasche in der Ecke ich glaube da hat sich die reingeschnitten das muss der Schlüssel zur Tür sein der Lägerlingwitsch das ist euer großes Glück kein Glück Gerissenheit ich habe Mutters Axt aus dem Haus geholt wohlwissend dass dieser Trottel sie vergessen würde und dafür hast du den Schlüssel drin liegen lassen ihr zwei seid so nützlich wie ein Glashammer ich bin weg hör nicht drauf Bruder wir müssen durchhalten die Deppensaga Teil 1 hier finden wir auch noch was aber das glaube ich ist in dem Dorf drin oder ja das finden wir uns später dann gehen wir hier weiter ich kann mir vorstellen dass man mit dem mit der Quest da noch hinkommt zu dem Dorf und dann können wir uns das gleich mitnehmen oh ist das so eine Burg ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen Glenford Lager das überlebst du glaub doch nicht dass du so entkommst die Spannung gehabt wir passen auf du schießt denn hier auf mich alter weißt du irgendwie die Bogies auf du bist ok wo ist denn noch jemand ich bin ich bin oh ich bin So, setzt Ruhe hier. Nimmst jetzt. Hä? Geht er runter. Kohlebarren. Sehr schön. Okay, da scheint da oben noch was zu sein. Das war's. Okay. Wir brauchen erst mal ein Zuhause. okidoki müsste es gewesen sein dann gehen wir hier rüber noch mal so eine kleine fest war das am war das der anfang gleich aber auch die ketten gelöst ganz am anfang wo wir ins gebiet gekommen sind ok ja 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 gehen wir weiter ja Genau, hier sind wir langgefahren. Ich werde dann auch wieder ein Haufen Nebenquests aufgehen, denke ich mir. Schon wieder Misstrau ins Gebiet. Okay, hier war eine Schlange drin, ne? Köcher voll. Sie löscht. 23 Meter. Nahrung voll. Wie kommen wir da runter? Ist genau unter uns. Aha. Aha. Es ist gar nicht so an. Okay, ein schöner Bogen. Hier haben wir auf jeden Fall feiner, leichter Bogen. Okay. Machen wir uns mal den Aussichtspunkt. Einmal noch oben, bitte. Okay. 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 Auch ein riesen Anwesen. Oh, das ist ein Haufen Zeug, das sind kleine Schätze, hier ist ein großer, hier waren wir, hier ist ein großer Schatz, na ich würde sagen wir wollen uns den und dann gehen wir hier oben entlang, hier entlang, oh, das ist ein Haufen Zeug, das ist ein Haufen Zeug. So, wo können wir hier reinjumpen, da? Das ist ein Haufen Zeug, das ist ein Haufen Zeug. Opa, das war jetzt aber nichts, oder? Ach du Scheiße, okay. Ich habe hier gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Ich habe hier gedacht, da ist ein Haufen Zeug. Okay. Oh. 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 Der Spiel ist auch richtig blöd. Der Spiel ist auch richtig blöd. Der Spiel ist auch richtig blöd. Bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangenärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Das haben schon alle erledigt. Das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohn ich dich. Ah, die hütteln an hier. Aber wir finden hier noch ein paar. Ja. 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 Ah! Eier! Wie viel brauchst du? Schau mal, hier eins reicht! Ah! Eier! Ja! Oh, mehr! Mehr! Ach, Alter! Du machst mir Freude! Ich sollte mein Gesicht verdecken. Schlangei. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Weiß nicht, ob hier noch irgendwo was ist. Ich hab die eigentlich schon erledigt, glaube ich. Schau mal, wie das reicht. Vielleicht reicht das ja. Oh, noch mehr! Alter! Ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Willen? Nee. Er war umwerfend. Der stinkt dran. Ah, Kloakenschlüssel. Ich kann mich auch noch ein bisschen mehr stecken hier. Ich kann mich auch noch ein bisschen mehr stecken hier. Okay. Okay. Passt doch. Okay. Gehen wir einmal hier hin. Da hin. Und da hin. Nichts. Ich bin hier. Ah, scheiße. Ok. Ein Leder bloß, wie so eine riesen Kuh, unter uns. Ok. Ok, unten drunter. Ok. Verstehe. Ok. 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 Ich glaube ich kann es mit Schlangen gefährlich werden. Ok. 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 Entschuldigung, die Verborgenen. Richtig cool gemacht, unten. Haufen Loot gibt es hier. Ist auch noch was? Ein Kleeblatt. Okidoki. Sehr schön. Ok, das lassen wir hier oben auch noch was. Das was hier ist was, hier ist was. Boah, meine Güte. Nehmen wir mal hier hoch. Ja, das war einmal, können wir jetzt eh nicht machen. Das muss ja dann vielleicht auch mal offscreen ein bisschen abfarben alles. Aber halt auf dem Weg zum nächsten, äh zum Raubzug. Wahrscheinlich halt, dass ich so viel wie möglich mitnehme. Tinten. Was haben wir gerade? Da ist Schlüssel. So, Schlüssel aufgenommen und rein in die Hütte. Ok. Ok, ne Kapelle oder so. Und ich gehe alleine ins Lager. Wir lassen dich nicht im Stich. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, in Gottes Haus so zu tuscheln? Nimm was du willst, Heidin. Aber lass uns in Ruhe. Du musst die Äbtissin sein. Warum versteckt ihr euch in einer verfallenen Kirche? Wir verstecken uns nicht. Wir wollen diesem Schier in diesem unheiligen Krieg den Rücken kehren. Aber in der Eile habe ich meinen Stab verloren. Er ist den Wachen in einem Lager unweit von hier in die Hände gefallen. Ohne ihn werde ich nicht gehen. Ein gewagtes Unterfangen für drei christliche Schwestern. Was ist euer Plan? Wollt ihr sie mit Bibelzitaten langweilen, bis sie ihn freiwillig rausrücken? Ängstige dich nicht und verzage nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehen magst. Das könnte klappen. Aber besser wäre es, ich hole den Stab zurück. Du würdest uns helfen? Mersische Soldaten sind eine gute Leibesübung. Und eure Lage lässt mich nicht kalt. Zeigt mir den Weg. Okay. Wollen wir uns ein bisschen snacken. So. Wie lange seid ihr schon auf der Flucht? Es müssen Wochen sein. Wir hatten keinen Plan. Keine Hilfe. Wir wussten nur, dass wir aus Legra Kester fliehen müssen. Ob nun Burgred auf dem Thron sitzt oder einer von euch. Es wäre gleich wohl ein gottloser König. Nichts für Unmut. Schon in Ordnung. Also wir raten, wir müssen das Lager hier kaputt machen. Ich muss mich in Acht nehmen. Das ist das Lager. Einer von denen hat meinen Stab. Lächerlich. Ich glaub der Artissair muss irgendwo in diesem Loch sein. Dann. Die Technik in ihr? Die Technik! Ich komm! Ich hab' sieh in den Stuck! Not! Den verletzt nicht! Wir werden sie wirklich wohlkommen! Der Stab. Ich habe ihn. Los! Nichts mehr runter zum Fluss! Ich habe noch nie Schwestern wie euch gesehen, die mit bloßen Fäusten bewaffnete Männer angreifen. Durch ihn, der mich stark macht, vermag ich alles. Wir Christen nehmen so etwas problemlos selbst in die Hände. Naja, das habe ich gesehen. Wir sind fast da. Lincoln Ischier ist auf der anderen Seite. Wölfe! Heute nicht, ihr Teufel! Heute nicht! Heute nicht, ihr Teufel! Weit genug! Schwestern, versammelt euch! Beten wir zu unserem Herrn und danken ihm, dass er über uns gewacht hat. Hier, dein Stab. Der Herr sandte mir eine Hirtin, um mir zu helfen, meine Herde zu hüten. Danke. Das hättest du nicht tun müssen. Das stimmt wohl. Hab ich auch mal. Ihr seid vermutlich auch ohne mich zurechtgekommen. Nach dem heutigen Tag sehe ich christliche Schwestern in einem völlig neuen Licht. Ich werde Heiden von nun an auch mit anderen Augen sehen. Leb wohl. Schwestern der Axt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir sehr schnell eine kleine Pause und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dran seid. Und wenn ihr mich tatkräftig unterstützt, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Ich würde mich auch sehr, 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 sehr schön sagen.